Okay, wie hast du jetzt 3000 Punkte auf deine Flotte bekommen? Ich hab mal einen riesigen, riesigen Todeskreuze gebaut. Das kann grad sein, du hast bestimmt jetzt vier kleine Mini-Dinger da gebaut. Nein, du hast vier kleine Mini-Dinger, ich hab einen Mega-Du, mein Kreuzer. Ich hab mein Mega-Teilchen gebaut. Ach scheiße, ich hätt sogar noch, na egal. Scheiße, ich hätt sogar noch mehr draufbauen können. Ich hab wieder was vergessen. Ja, ich hab auch was vergessen. Hier komm, das baut das E4 Züge, bis der mal hier rauskommt. Sir, wo befinden sie sich? Ich befinde mich gerade auf Angriffskurs zu dir. Ah, verdammt. Ja, jetzt weiß ich, was ich vergessen hab, deswegen haben mir auch grad die Punkte gefehlt. Ich glaub, das wirst du gewinnen. Das sind Lügen. Ja, natürlich, das sind keine Lügen, aber... Scheiß und Dreck. Das erklärt jetzt so einiges hier gerade. Ich hätt das wahrscheinlich umrüsten sollen. Egal. Was macht denn diese dämliche Knacken-Lampfer? Deiner, der knackt wahrscheinlich gerade rum. Spastet gerade rum. Muss ich mal kurz gucken, wie ist denn... Ja, definitiv hab ich hier was vergessen. Das sollte eigentlich alles sichtbar sein hier für mich. Moment, ich hab grad geklingelt, äh geklopft. Ich hab schon gesehen, du hast was auf mich abgefeuert, du Hinterfotziger, Hinterfotziger. Diese verdammte Kampfprojekte. Schiff. Hm. So. Wo? was war los du bist der marisch ja weil ich dich nämlich nicht sehen kann meine sicht sonden sehen dich aber ich hasse dich so ich habe vergessen diese komische bessere brücke zu kaufen jetzt bringen meine ganzen geschütze gar nichts vernichtet werden werde ich auch das sei sogar nichts dagegen aber wenn du es nicht mal machen könntest das wäre eine feine sache lass mich raten deutschen artillerie schiff nein fucking artillerie schiff ich hasse dich doch was ich habe dann muss ich dich doch mit glanz und glorie vernichten was hast du da oben alles drauf bitteschön ein mächtiges dummer kampfschiff ist das ich hasse deine kampfschiffe sie sind immer so hässlich das ist die nächsten runde wirst du dein blaues wunder leben niemals auch alle werden abfeuern alle feuern so weshalb ich auch noch machen schaden ganz genial super schießt doch mal irgendetwas bitte ich versuche jetzt mal etwas irgendeine von deinen waffen muss ich doch jetzt außer gefecht setzen können das gibt es doch gar die falsche hier dauert jetzt einen moment ich bitte die gibt es alle waffen manuell nein doch hör auf damit ich verlange dass das sofort damit aufhörst kannst du hier am arsch lecken mein kleiner schändlicher nichtsnütziger freundes sind nur so viele ja ich merke es gerade du hast hier eine ganze 1 2 3 4 wie hast du so viele kanonen draufgebracht keine macht lügen das sind lügen und im gesunden stück größenwahn so dahin dort hin da noch einen hin so ich verlange jetzt dass mein schiff sich endlich mal wendet einen hier hin und einen dort hin ich weiß nicht warum ich super dankeschön dass ihr euch jetzt einschaltet siehst du überhaupt noch etwas natürlich sehe ich noch was warum soll ich nicht sehen weil ich deine brücke fucking noch mal weg gebombt habe das ist ja nichts dergleichen getan der hält aber echt viel aus diese und apropos brücken wegschießen und so so schaut's aus ja diese dämlichen schienenkanonen die werde ich jetzt mal ein bisschen unter feuer nehmen du wirst nichts dergleichen machen doch ich werde das dergleichen machen und auch da noch eine salve drauf lassen und hier so weiter geht's moment moment ich habe gesagt aufhören nein mein freund nein eine ist schon kaputt und das ist schon mal ein guter anfang ich kann das nicht so viel aushalten das kriege ich ja kaum kaputt das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen so ist denn das ganze hier ist doch dein hauptzentrum also ich bitte dich hier habe ich denn hier drauf hier habe ich drei stück drauf hier habe ich die habe ich die diese dreckige Leviathan das gibt es doch gar nicht ich hoffe meine ganzen Geschütze kaputt zu machen das ist noch lange nicht fürchtig mit deinen dämlichen scheiß Geschützen die sind jetzt mal eine Runde ausgefallen diese Schienenkanonen jetzt reicht's jetzt reicht's jetzt habe ich genug von dir das gibt's doch gar nicht ich kann nichts nichts ich kann keinen Schaden anrichten weil ich alles weggeblasen habe so Operation ich ramm dich jetzt nieder Operation lecken sie mich ich kann schon so viel aushalten das ist doch absolute Irrsinn genau deswegen komm schon komm schon pack ich doch alles weg aus sich Ja, verdammt! Verreck endlich! Nie war alles! Neues Angriff, Schema, Teta, Alpha, Tango, 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 Dumiko! Das kann nicht sein, du hast die Wappen auf! Nein, Feuer! Das war doch, Alter, das war ja absolut... Wie konntest du das überleben? Das ist für mich... Das ist völlig für mich unverständlich. Ihr habt mich weggebombt! Möchtest du nochmal gegen meinen kolossalen Kriegsatlas kämpfen? Ja, ja, ja. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Warum? Ich wollte mich nach rechts abdrehen, aber nachdem ich gesehen habe, dass von links Sicht Sonden kamen, habe ich mich nach links umgedreht. So, jetzt wird hier erstmal weiter gekämpft, so. Boah! Das kann ich so nicht doch jetzt sitzen lassen. Sir, Sir, das funktioniert einfach so nicht. Lass mich raten, du bist jetzt ein Nahkämpfer. Sir, ich war schon immer ein Nahkämpfer. Ach Gott. Sir, das funktioniert doch nicht. Ah, die gibt es bis dahin. Na gut. Tukka, 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 tukka. Lalalala. Ist das nicht dein schönes Leben? Regen Sie sich, Sir. Absolut niemand kann es mit meinem Atlas aufnehmen. Niemand kann es mit meinem Bombardementschiff aufnehmen. Du hast kein Bombardementschiff. Dieses Schiff hat mir keine Wunden, als du dir vorstellen kannst. Oh, ich kann mir so einiges vorstellen, Madame. Ich kann mir so einiges vorstellen. Eieiei, wo ist er denn schon wieder? Das frage ich mich auch gerade. Wo treibt er sich denn rum, der Kleine? Was erwarten Sie denn schon wieder darauf, dass etwas passiert? Ja, ich bin die ganze Zeit am durch die Gegend fahren, also... Ich weiß nicht. Es gibt eigentlich nur einen Ort, wo du startest und das ist einfach nur da oben. Dann werde ich in den Rücken fallen. Das werden wir noch sehen. Oh ja, wer denn wir? Wer denn wir? Wer denn wir? Hallöchen? Scheiße, ich habe falsch abgedreht. Aber eine Dämmling-Schienenkanone kommt dieses Mal nicht zum Einsatz. Das wäre alles, wir haben auch besiegt. Ich weiß es, mein Freund. Jetzt so viel Artillerie auf diesem Scheiß-Schiff. Das werde ich Ihnen gleich zeigen, dass alles, was Sie hier haben... Mal keine Panik hier. Oh, war doch hier noch eine Waffe. Hier war noch eine. Schieß jetzt wirklich jede einzelne Waffe. Ist auch aktiviert? Ist es auch aktiviert? Ja, ok. Ich brauche noch ein kleines bisschen, mein Freund. Ja, ich muss auch mal hier eben etwas rumdrehen. Das könnte jede sein. Na, was ist jetzt los? Und hier bei der Arbeit stören sie mich nicht. Nicht so einfach, wie es ausschaut. Ach, Timo, das funktioniert doch nicht. Egal, was du vorhast. Oh doch. Oh nein, sie werden so ständig ich daneben sein. Du, 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 du. Ach Gott. Ich langweile mich gerade. Eine Säuge. Oh, ich sehe eine Schienenkanone. Kann es sein, dass die mir geschädigt ist? Das ist völlig unmöglich. Ich glaube schon. Wie, wie kann das eigentlich sein hier? Ich weiß es nicht. Einer ist ausgefallen. Ich bombardier dein dämliches Hack einfach weg. Das ist jetzt doch geil. Wie kannst du jetzt so viele Bomben schmeißen? Ich kann und ich werde alles vernichten. Der Falter. Hör auf damit. Was habe ich denn jetzt alles verloren? Alles. Warum zum Geier kann ich nicht auf... Ich bin noch nicht fertig mit dir. Schauen wir mal, ob wir den Schildgenerator auch noch wegblasen können. Okay, welche Option macht man, dass man auch wirklich was trifft? Ich trifft die ganze Zeit nur eine dumme Panzerung. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich komme gar nicht auf den Schiffsdeck drauf. Das ist, ich bin ein Dreadnought. Ich habe keinen Schiffsdeck, das ist so winzig. Ich hasse dich. So, nächste Runde werden wir doch mal sehen, ob ich den Schildgenerator wegblasen kann. Was? Heid, warum fährt immer noch rückwärts? So, stirb. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach nur. Und? Da ist Salve. Komm schon. Irgendwas ist ausgefallen. Ach komm schon, ich schieße die ganze Zeit auf diesen Mistinger drauf. Du schießt überhaupt nicht mehr. Du schießt einfach überhaupt nicht mehr. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, wie man jemanden nur hassen kann. Ich habe zwar auch viel Schaden genommen, aber schau mal an, was von dem Ding übrig bleibt. Es feckt dich! Nein! 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 Das kommt schon! Ich habe zum Glück noch Schilde. Ich habe zum Glück noch Schilde. Ich habe volle Kraft voraus. Dieses Mal verliere ich nichts. Du plass dich weg. Alles, alles was ich habe heute am voraus. Das tue ich auch schon. Aber diese nächste Salve werde ich vernichten. Ich muss schneller schießen als er. Nein! Der Deck ist ausgefallen! Ihr bieg! Fick dich! Fick dich! Who? Who? Fische Arschloch! Irgendwann musste ich dein Scheiß Deck doch mal treffen! Untertitelung des ZDF, 2020